Okay, Fabian knackt erstmal wieder schön mit dem Headside rum. Immer. Würde ich sagen, kann man direkt starten, oder? Direkt starten. Klingt nach einem Plan, mit dem wir dein halbes Zimmer wieder umgeräumt haben hier. Ist ja so groß, ist ja so viel Arbeit. Na ja, so ein Sessel quer durch den Raum schieben, brauchst du schon Muckis für. Ah, deswegen muss ich das ja auch mal machen. Ja, deswegen habe ich den auch gerade hin und her geschoben, ne? Das wird die Begründung sein. Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Nein, ich habe dich nur verarscht. Ich wollte schon sagen, das sehe ich doch. Ja, das ist die Sonneneinstrahlung, die lässt den Button so orange erscheinen. Wenn hier jemand die Sonne in der Tür schnackt, dann bin ja wohl ich da. Du hältst die Sonne an? Ich habe die Sonder Edition. Ach, du hast die Sonder Edition. Bei dir hat man auch eine Sonder an, ey. Eine Analsonde. Kann ich nicht beurteilen. Ich meine, ich kenne dich zwar relativ gut, aber das kann und will ich überhaupt nicht wissen. Oh, sehr schön, dass mir das mal jemand sagt, dass wir Feinde sind. Hey, das ist bei meiner. Äh, das ist meiner. Wir haben aber bestimmt gut eine Woche nicht mehr gespielt, ne? Kommt hin, ja. Leck mich! So, lernt sterben. Lol. Lölf, der hat man hier vorbei. Oder wieso nicht? Der wollte halt schnell das Weite suchen. Ich wollte mal sagen, rote Fässer explodieren immer. Das gesetzte Ecken-Spiel. Alter, 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 alter. Das war aber gerade richtig knapp ein, ja. Da. Bin zu nahe. Seh, nix. Du bist doch nicht der Einzige. Der sieht jetzt auch nix mehr. Oh, ui. Halleluja. Das soll ich schon mal machen. Alter, ich habe gerade einfach ohne zu zielen geschossen und habe den gekillt. Wie geil ist das denn? Das ist doch geil. Wir haben mich im Visier. Ich habe einfach gedacht, ich schieb einfach mal. Los weiter. Irgendwie in die Richtung. Ja, so muss das. Irgendwas treffen. So. Danke. Lass mal warten, bis das Auto explodiert. Mach vieles einfacher. Ja. Gut, ich bleib natürlich, ne? Ja, ja. Kann jetzt aber auch mal schneller explodieren. Granate. Wow. Oh, jetzt bin ich dann sicher hinter der Ecke. Ah, Lillian. Bin getroffen. Brauche Hilfe. Über dir. Alter. Ohne Witz, da hatte ich überhaupt keine Chance mehr in Deckung zu gehen. Boah, okay. Wenn wir jetzt an der gleiche Scheiß wieder neu starten können, ne? Wofür habe ich denn jetzt Overkill eingesetzt? Wollen wir das später machen? Oder wir machen Doppel-Overkill? Länger. Ja, dann hast du aber alles in Zeitlupe. Also so oder so. Also so oder so. Ne, im normalen ist es noch relativ normal. Also im Doppel-Nasse schon langsamer. Boah. Das nervt schon wieder, ne? Fluchen, fluchen. Warum ist natürlich wieder so eine extreme lange Ladezeit? PSG hat sowas später nicht mehr. Mein Arm. Ja, schön, dass du mir auch noch was lässt. Aber musst du auch nicht. Hm. Der hat mir meine Deckung weggesprengt. Würde ich sofort so unterschreiben. Ich aber nicht besonders nett. Der hat gesessen. Schade, ich dachte, ich kann nicht damit in die Luft jagen. Oh, da kommt das Auto. Ah, mein Auto. Fahre mal draufhalten. Und ne Granate hinwer... Yo! Die Granate ist noch in der Luft explodiert. Toll. Hey! Ich hab das rote Pass getroffen. Und dahinter ist dann der Typ, der gerade eben gekehlt hat. Das ist ordentlich schlecht. Oh. Geht's mal in Deckung hier? Ich gerade. Ne, ich meinte ja mal, äh, den Bravo hier. Au, Moppet, Alter. Äh. Geht's vielleicht erst mal in Deckung. Weißer, anstatt der ist der komische Kadaver, der da mal hilft. Ne, Cordoba heißt er. Ne, läuft da einfach mal schön, ganz schön vorbei. Ja, dafür hasse er mich. Ah. Was eine Beruhigung. In die Gasse, los! Sag ich doch. Ich geh direkt mal durch, ne? Oh ja. Falsch sein. So sinnvoll ist, mit so einer großen Waffe, engen Räumen zu kämpfen. Ja, deswegen habe ich jetzt meine Dao rausgeholt. Ah, komm. Ja, geht doch. Ja, toll. Jetzt haben wir hier wieder Straßenkampf. Zurück bleiben, amigo. Arbeit. Ich hab noch mal ne Granate. Alter, alter, alter. Ich geh in Deckung, ich kümmere mich da drauf. Ja, ja. Ne, ich hab ja schon aufgeräumt. Die Granate hat er getroffen. Ah, okay. Ich hab übrigens Overkill für den Notfall. Okay. Wenn er aufgesagt hat. So. Weg ist er. Yo. Von den Autos wegbleiben. Ich muss in dieser Rettung fast geraten. Headshot. Sehr geil. Oh, Panzerfaul. Ja, dann geht er aber erstmal weg. Und Zug zur Hölle. Oh, Auto. Ich hab auch noch mal Overkill aktiviert. So, was machen wir dann? Doppel Overkill. Alles klar. Oh, was von der Ex. Oh, was von der Ex. Wow. Ich hab gar nicht keine Monitur mehr. Wir haben ein Loch jetzt ausgeschmackt. Alter, ohne Spaß. Ich hab den Typen da mit der RPG locker mal in drei Magazine reingedrückt. Reichen. Ja, aber der ist ihm gefallen. Du fast triffst du natürlich auch nicht tödlich. Ich hab mich verarschen. Gummigeschosse. Verarsch hast du Gummigeschosse. Weiß ich noch nicht. Ja, ist klar. Wow. Ey. Alter, was machst du da? Da kam von vorne welche und von links kam auch noch so ein Typ, ein fetter Typ mit. Ja, lass mal wieder mit Kopf vorgehen. Wir rennen da einfach nur wieder doof rum. Okay. Hört sich gut an. Ja. Wieso bin ich eigentlich immer der, ich derjenige, der auf diese Ideen kommt? Ja, weil ich auf andere gute Ideen komme. Die da wären. Doof rum raufen wie ein Hühnchen und dann abgeknallt werden, ne? Oh, spielst du ja immer den Köder. Ach, ich spiel mal den Köder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, ey, warum lädt der denn so lange? Ist doch nicht normal. Ich hab ja jetzt gerade irgendwie wieder das Bedürfnis, über eine Softwareentwicklerfirma schlechte Dinge zu sagen, aber hat ja nicht unbedingt was mit der zu tun. Warum willst du nur bei Sony herziehen? Ja, das liegt ja nun mal mit den langen Ladezeiten an Sony, ne? Boah, jetzt sind wir schon wieder hier. Acht, komm, das ist doch scheiße. Ohne den Wings. Zurückbleiben, Amigo. So geht das, Mann. Einmal Overfill. Können wir voll haben. Ja, lass damit noch ein bisschen warten. Braucht auch Jago nachzuladen, ist doch nicht schon normal. Von den Autos wegbleiben. Guck mal da, ein Todkehlchen. Todkehlchen, oh ja. Alter. Was ist da gerade für die Gegend? Ich hab fast keine Munition mehr. Fanate. Meine Deckung ist away. Danke. Jetzt kann ich die aufhalten. Keine Ursache. Ich hab das Gefühl, dass man den Typen mit der Panzerfaust noch nicht töten darf. Das wird schon wieder. Död, vor allem ist das irgendwie scheiße gelöst. Okay. So viel, wie ich da schon. Ja, wir müssen nämlich aus dem Wings entkommen. Reines Haus, los! Vorsicht! Jo, machst du denn hier abgetanwerfer her? Banatwerfer und der ist unter meinem Lauf montiert. Ah ja. So, jetzt passe ich hier aber diesmal auf. Wow. Da sind noch welche. Er deckt unseren Rückzug. Zuuuuh. Ich hoffe mal, dass wir nicht von hinten jetzt angekrochen werden. Doch, hat er jetzt nicht meine Art zum... ...Botan. Also ich... Ja... ...lass mal irgendwie... ...gucken, dass wir hier ein bisschen... ...deckung bleiben. Boah! Alter! Knall nicht unsere Zielperson ab! Davon wo denn? Der ist aber da. Doch nix. Doch! Gut, ich erstmal aus! Jo, auf die Distanz beim M1911 ein Headshot. So. Nice one. Ja, ich hab auch sonst nur noch die Dau. Ich bekomme noch Muni. Ich stehe jetzt ruhig. Ruhiger auf jeden Fall. Klar, ne, hier müssen wir nicht lang. Wenn das Eis herklaft, dir mal den Weg weisen. Wenn ja nix Gutes bei rauskommt. Da drüben. Ja, stell dich mir in die Schusslinie. Machste toll. Super. Hey, Junge, schieß. Wenn du der mit Dauer da im Weg stehst, kann ich auch nicht schießen, ne? Objekt bewegen. So stand Objekt bewegen. Ja. Oh oh. Oh oh. Alter, Faust! Da ist er nicht mitbringt. Sind wir von unserem Ziel getrennt. Kordowa, sind Sie da? Scheiße. Ja. Das ist extrem scheiße. Das heißt, wer kommt jetzt zu dem rüber? Bradley, wenn du mich hörst, wir haben Kordowa verlobt. Da! Er geht in das Gebäude. Bradley, verstanden. Was heißt verloren? Ihr seid tot, oder was? Ich bin hier. Ich meinte doch gerade, er geht in das Gebäude. Kordowa ist alleine. Wir sind in seiner Nähe. Alter, Alter, Alter. Lass mich durch! Ich hatte die auch geoffen, Alter. Meine Güte, von seinem eigenen Pater geblockt werden. Ich komme übrigens mal an der anderen Seite. Sekunde! Ich wollte gerade sagen, jetzt in meinem Sekündchen. Aber was ist das denn hier? So. Geht doch. Alter, wo hast du das Ding her? Mach deine Hose wieder zu. Irgendwas habe ich da unten getroffen. Ja, den einen hast du übersehen, aber den anderen hast du gut getroffen. Den habe ich getroffen. Nicht übersehen. Das ist der, den ich getroffen habe. Du Flasche. Dafür gibt es dann das AS50. Das macht dann im Rest. Ja, ich hatte auch nur eine M19F zur Verfügung. Wollte doch auch mal so eine Desert Eagle. Alter, was will ich denn mit einer Desert Eagle? Die hat überhaupt keinen Stil. Ich glaube, die macht damage. Oder der 44er? Alter, hast du eine Ahnung, was ich da für einen Rückstoß habe? Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich eine ganze Menge. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Vertraue. Vielen Dank.